Die vorherige, ne? Genau. Wie heißt du, ist die erste Frage. Und los geht's. Mit welchem Fußballer würdest du gerne mal zusammenspielen? Kai. Wer ist für dich der beste Fußballer aller Zeiten? Messi. Mit wem hast du als letztes WhatsApp geschrieben? Messi. Wie heißt Kevin Volland mit Nachnamen? Mit meiner Freundin. In welchem Land bist du geboren? Mit Volland heiße er. In welcher und in welcher Stadt? Deutschland. Fortnite oder FIFA? Hachen. Worin bist du richtig schlecht? Fortnite. Was kannst du richtig gut? Nichts. Welches Instrument spielst du? Fußball. Pizza oder Pasta? Klavier. Wie heißt dein Hund? Pizza. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Paul. Welche Farbe hat das Heimdruck von Bayer 04 Leverkusen? Gummibärchen. Und welche Farbe haben deine Augen? Rot. Was ist das Gegenteil von Weiß? Grün-Blau. Iblis 2 plus 2. Schwarz. In welchen Vereinen spielst du aktuell? Vier. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Für Leverkusen. In welcher Stadt steht der Schiefe Turm von Pisa? Berlin. Lieblingsfach in der Schule? In Pisa. Welche Stadt kommt nach der Elf? Sport. Wie groß bist du? Wie weiß ich, ich hab dich, also welche Stadt kommt nach der Elf, was heißt das? Was ist das für eine Frage? Welche Zeit kommt nach der Elf und wie groß bist du? Zwölf. Wie lautet deine Rückennummer? 1,90. Mein ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig war das jetzt? 9,20. Danke. Danke.